Die Reihe über die Einführung zum Kapitalismus wird abgeschlossen durch das Buch Die Ethik der Freiheit von Murray N. Rothbard. Hintergrund Mit Die Ethik der Freiheit begründet Murray N. Rothbard zusammen mit seinen Werken Für eine neue Freiheit und Power and Market die Tradition des Libertarismus und des Anarchokapitalismus. Diese drei Werke hoben das politische Denken der österreichischen Schule der Nationalökonomie, der auch Ludwig von Mises angehört, auf eine völlig neue Ebene. Der Erfolg des Buches und seiner Gedanken sorgten dafür, dass es 1999 auch ins Deutsche übersetzt und als vierter Teil in der Reihe Klassiker der Freiheit veröffentlicht wurde. Liberalismus, Beitrag 2 und Die Bürokratie, Beitrag 3 von Ludwig von Mises gehören ebenso dieser Reihe an. Auch wenn das Buch prägend für den Liberalismus ist, so stoßen einige Gedanken des Werks auch in Teilen der libertären Szene auf Widerstand. Bis heute sind Rothbarts Aussagen immer wieder Teil lebhafter Kontroversen zwischen libertären und nicht-libertären, wie auch unter Anhängern verschiedener libertärer Strömungen. Über das Werk Murray N. Rothbard wollte mit diesem Werk den Anarchokapitalismus philosophisch untermauern. Er greift dabei auf die Tradition der Naturrechtslehre zurück und versucht diese als objektiv wahr zu beweisen. Nach der Darlegung dieser Grundlage leitet Rothbard eine Ethik der Freiheit logisch-deduktiv aus dieser ab. Über den Beitrag In diesem Beitrag werden die zentralen Gedankengänge von Rothbard wiedergegeben. Die Kommentierung soll durch Zusatzinformationen und oder eine Anordnung in die aktuelle Debatte einzelne Punkte besser verständlich machen. Naturgesetze Rothbard stellt fest, dass es objektiv wahre Aussagen über die menschliche Natur gibt. In diesem Sinne existieren Naturgesetze des Menschen. Rothbard hält unter anderem die Existenz der Vernunft des Menschen für eine solch objektiv wahre Aussage. Das bedeutet, dass jeder Mensch unter der Verwendung der Vernunft weitere objektive Wahrheiten über die Welt erkennen kann. Diese Erkenntnis ist Ausgangspunkt der weiteren Argumentation Rothbarts. Des Weiteren ist die Fehlbarkeit jedes Menschen ein Gesetz der menschlichen Natur. Kapitel 2 Aus der objektiven Vernunft leitet sich die Existenz einer objektiven Ethik ab, mit der jedes Handeln unabhängig von Raum und Zeit beurteilt werden kann. Diese aufzuzeigen ist das Ziel des Werkes. Kapitel 3 Aus den Naturgesetzen entspringen die Naturrechte des Menschen. Kein Mensch darf einen anderen Menschen an der Ausübung dieser Naturrechte hindern. Dies ist bereits eines der Naturrechte. Kapitel 4 Mit seiner Naturrechtslehre stellt Rothbard sich wie bereits Ludwig von Mises in Human Action gegen den Polylogismus. Dieser behauptet, Menschen hätten je nach Klasse, Rasse oder ähnlichem eine andere Vernunft bzw. Logik und damit unterschiedliche Naturrechte. Der Polylogismus wird unter anderem von den Marxisten und Nationalsozialisten vertreten. Elementare Naturrechte Aus der objektiven Vernunft leitet Rothbard die Willensfreiheit des Menschen ab. Der Mensch hat das Recht, sich Ideen und Wissen anzueignen. Mit seinem Willen lenkt der Mensch seinen Körper. Daher hat der Mensch auch ein Recht auf Selbsteigentum. Aus dem Selbsteigentum ergibt sich wiederum das Recht auf Eigentum an Gegenständen aus der Natur. Dies ist notwendig, um das Ziel des menschlichen Handelns, das eigene Überleben, sicherzustellen. Ein Recht auf Leben wird ebenfalls als objektiv wahr erkannt. Rothbard argumentiert, dass niemand gegen dieses Recht argumentieren kann, ohne dabei zu leben und damit das Leben zu bejahen, was zu einem Widerspruch in der Argumentation führt. Dadurch stellt sich die Aussage, man hat kein Recht auf Leben, als unwahr heraus. Rothbard gelingt mit seiner Beweisführung eine objektiv wahre Begründung der Existenz der Naturrechte, die sich von anderen Begründungsversuchen von Naturrechten wie einer christlichen, siehe eins, oder einer Survival of the Fittest Argumentation deutlich abhebt. Die Existenz universeller Menschenrechte ist damit nicht länger eine Meinung, sondern eine gesicherte Tatsache. Die Grundlage der Naturrechte, Recht auf Leben und Vernunft, sind Axiome. Freiheit, Macht und Aggression Etliche moderne Theoretiker verwechseln Freiheit und Macht. Sie behaupten, dass der Mensch nicht frei sei, solange er durch die Naturgesetze gezwungen wird, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Rothbard stellt heraus, dass dies nicht für die Willensfreiheit gilt, sondern lediglich der Handlungsspielraum des Menschen limitiert ist. Damit bleibt seine naturgegebene Freiheit unberührt, da der Mensch von Natur aus nicht allmächtig ist. Versucht der Mensch seinen Handlungsspielraum zu erweitern, indem er sich des Eigentums seiner Mitmenschen gegen ihren Willen bemächtigt, enteignet er sie somit. Dies ist eine Form von aggressiver Gewalt, Gewalt ohne Zustimmung des Opfers, welche vollständig abgelehnt wird. Kapitel 8 Daraus folgt, dass Güter legitim nur durch Produktion, freiwilligen Tausch sowie erst in Besitznahme erworben werden können. Kapitel 7 Marxisten versuchen oft durch das Verwischen der Begriffe Freiheit und Macht, die sozioökonomischen Umstände einer Person als Form von Freiheitseinschränkung umzudeuten. Diese Behauptung ist natürlich genauso abwegig, wie die Behauptung, physikalische Gesetzmäßigkeiten schränken die menschliche Freiheit ein. In beiden Fällen müsste man sich über die Naturgesetze hinwegsetzen, um die vermeintliche Freiheit zu erlangen. Selbstverteidigung und Verhältnismäßigkeit Wenn jeder Mensch ein Recht auf Leben und Eigentum hat, so hat er auch ein Recht, dieses Notfalls mit Gewalt zu verteidigen. Seine Verteidigung darf allerdings nicht über das Maß hinausgehen, welches notwendig ist, um den Angriff abzuwehren und die ursprünglichen Eigentumsrechte wiederherzustellen, da der Täter nur in dem Maße seine Eigentumsrechte verliert, wie er sie bei anderen missachtet. Andernfalls verfällt das ursprüngliche Opfer in die Rolle des Täters. Dies ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Verteidigung beschränkt sich damit auf den Widerstand gegen Form von aggressiver Gewalt. Neben der eben genannten Enteignung sind dies Körperverletzung, Betrug und Androhung von Gewalt. Kapitel 12 Aus der Argumentation von Rothbard folgt, dass Verträge und Versprechen nur einklagbar sind, wenn aus dem Bruch des Vertrags, Versprechens, eine der oben genannten Formen von Gewalt folgt. Da Massenvernichtungswaffen vom Wesen her eine dauerhafte Androhung von Gewalt darstellen, ist deren Existenz im Sinne Rothbards unzulässig. Strafen Aus dem eben genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgert Rothbard die Maximalstrafe für eine Tat. Der Täter verliert sein Recht in dem Maße, wie er die Rechte anderer verletzt hat. Gleichzeitig muss der Täter den angerichteten Schaden ersetzen. Das heißt konkret, der Täter hat maximal die doppelte Schadenssumme an das Opfer zu zahlen. Dem Opfer steht es frei, weniger zu verlangen. Da lediglich Eigentumsrechtsverletzungen inklusive Körperverletzung, Mord etc. Straftaten sein können, ist jeder Täter bzw. jedes Opfer immer ein Individuum. Ein Kollektiv, wie z.B. die Gesellschaft, der Markt, eine bestimmte Klasse oder Ethnie, kann nicht Täter oder Opfer sein, sondern nur einzelne Mitglieder des Kollektivs. Kapitel 13 Ein Vorwurf, der gerne von Kritikern dieser Ethik vorgebracht wird, ist, dass sich nie alle Menschen an diese halten werden und sogar Anhänger dieser Ethik Eigentumsrechtsverletzung begehen werden. Daraus folgen die Kritiker, dass diese Ethik bedeutungslos sei. Dem Vorwurf war sich Rothbard durchaus bewusst. Aus diesem Grund hielt er es auch für notwendig, sich über Strafen Gedanken zu machen. Da Menschen fehlbar sind, gehören Rechtsverletzungen zum Leben dazu. Viel wichtiger ist, dass die Rechtsverletzungen wieder rückgängig gemacht und oder ausgeglichen werden. Rede- und Pressefreiheit Rothbard befürwortet durch seine Ethik allgemeine Menschenrechte. Diese setzt er mit Eigentumsrechten gleich. Mehr Menschenrechte als das Recht auf Eigentum braucht es nach Rothbard auch gar nicht, da dieses Recht weitgehende Implikationen hat. Dies macht er unter anderem am Beispiel Redefreiheit deutlich. Nach Rothbard ist dieses Recht nicht absolut, was es als eigenständiges Menschenrecht aber sein müsste. So hat ein Mensch nicht die Freiheit zu sagen, was er will, wenn dabei Eigentumsrechte anderer Personen verletzt werden. Beispielsweise hat niemand das Recht, bei einer Theatervorstellung Feuer zu rufen, wenn es dafür keinen Anlass gibt, da sonst die Eigentumsrechte der anderen Zuschauer verletzt werden. Gleichzeitig darf es keine Gesetze geben, die bestimmte Aussagen verbieten. Die Frage bei den Grenzen des Handelns ist daher immer, ab wann werden die Eigentumsrechte anderer Personen verletzt. Kapitel 15 Die meisten Libertären und Kapitalisten nehmen diese Argumentation von Rothbard an. Dennoch treten sie für die Redefreiheit ein deutlich besseres Konzept als Meinungsfreiheit ein. Immer mit dem Hinweis, dass dieses Recht nicht absolut ist, sondern durch die Eigentumsrechte begrenzt wird. Gleichzeitig ist das freie Wort durch diese Praxis vor jedlicher staatlicher Zensur geschützt. Kinder und Rechte Für Rothbard haben Kinder exakt dieselben Rechte wie Erwachsene. Da Kinder aufgrund ihres Alters diese Rechte nicht im gleichen Maße wahrnehmen können wie Erwachsene, haben Eltern die Aufgabe, diese Rechte treuhänderisch wahrzunehmen. Die Eltern dürfen das Kind daher nicht schlagen oder anderweitig verletzen. Für Rothbard besitzt das Kind diese Rechte erst nach der Geburt. Er tritt damit für die Abtreibung ein. Er begründet dies damit, dass das Kind im Leib der Mutter nicht eigenständig sei und man der Mutter nicht den Willen aufzwingen dürfe, das Kind auszutragen. Bis zur Geburt darf es demnach abgetrieben werden. Kapitel 14 Die Positionen von Rothbard bezüglich Kinder sind bei den Liberalen und Kapitalisten umstritten. Insbesondere bei der Frage nach Moralität von Abtreibungen widersprechen viele Libertäre und Kapitalisten Rothbard, da sie teilweise der Meinung sind, dass auch ein Embryo oder Fötus bereits das volle Recht auf Leben besitzt. Weniger diskutiert ist die Einsicht, dass Abtreibungen nicht verboten sein sollten, da dies gravierende Folgen hätte. Ebenso herrscht Uneinigkeit über die Frage, ob die Eltern nur die Aufgabe oder sogar die Pflicht haben, die Rechte der Kinder treuhänderisch zu verwalten. Tiere und Rechte Für Rothbard haben Tiere keine Eigentumsrechte. Dies begründet er damit, dass den Tieren die Vernunftbegabung fehlt und sie damit keine Willensfreiheit besitzen. Daraus folgt, dass sie keine Eigentumsrechte haben können und damit Eigentum von Menschen werden können. Rothbard verneint demnach die Argumentation, dass Tiere Rechte erwerben, weil sie Lebewesen sind oder weil sie Gefühle haben. Vielmehr argumentiert er, dass nach dieser Vorstellung auch Pflanzen und Bakterien Eigentumsrechte haben müssten, was zum direkten Tod jeglichen höheren Lebens führt. Kapitel 26 Auch diese Ansicht von Rothbard ist nicht gänzlich unumstritten. Es gibt auch unter den Veganern, Libertäre und Kapitalisten. Diese versuchen zum Teil die Ideen von Rothbard und anderen Rechtstheoretikern auf die Tiere zu übertragen und ihnen damit Selbsteigentum zu verschaffen. Um dies überzeugend zu gestalten, müsste der Nachweis auf Axiome aufbauen, da andernfalls die Axiome von Rothbard die Gültigkeit behalten, die ein Selbsteigentum für Tiere nicht zulassen. Zusammenfassung Rothbard gelingt es, in diesem Werk die bis dato utilitaristische Ethik der österreichischen Schule durch eine logisch durchdachte und auf objektiven Wahrheiten fußende allgemeine Ethik zu ersetzen. Dies zeigt sich unter anderem in der Rezeption dieses Werkes. Universalistische Natur- und Menschenrechte haben dank ihm einen starken Rückhalt bekommen und die Strafrechtstheorie hat sich durch Rothbard sehr weit entwickelt. Bei rechtsphilosophischen Fragestellungen ist seit Rothbard das Eigentumsrecht Dreh- und Angelpunkt der Überlegung geworden. Auch Rothbards Feststellung, dass Eigentumskritiker gerne Macht und Freiheit bewusst verwechseln und damit ihre eigenen Ideen durchsetzen, ist eine der herausragenden Erkenntnisse dieses Werkes. Gleichzeitig erkennen viele, dass die Arbeit von Rothbard noch nicht der Wahrheit letzter Schluss ist, sodass die Überlegungen von Rothbard in den letzten Jahren noch weiterentwickelt wurden. Beispielsweise das Prinzip des neutralen Richters nach Hans-Hermann Hoppe oder die Arbeiten von Stephen Kinsella über geistiges Eigentum zählen dazu. Nach wie vor ist dieses Werk das Fundament vieler dieser Gedankengänge.